Beah und Tim haben sich vor fünf Wochen zum ersten Mal gesehen und sofort geheiratet. Es fühlt sich toll an, in seiner Nähe zu sein und auch Händchen halten, diese ganzen Pärchen-Sachen, diesen Pärchen-Kram. Genau sowas wünscht man sich ja auch. Nach der ersten Verliebtheit kamen im Alltag auch die ersten Schwierigkeiten. Muss ich mit der Katze und dem Bügeleisen was beachten? Das eine ist eine Katze, das andere ein Bügeleisen. Das hat mich schon ein bisschen zu Weißglut gebracht. Auf der einen Seite spüre ich total stark, dass ihnen wichtig ist, dass Tim sich einbringt. Auf der anderen Seite glaube ich, es ist auch ein bisschen schwierig, es ihnen so recht zu machen. Ich glaube, das war ein sehr großer Aha-Effekt. Die Bogen haben sich geglättet. Bea und Tim wagen den nächsten Schritt in ihrem Leben als Ehepaar. Wir sind jetzt hier zum Grillen mit Bärs Familie. Ich freue mich da drauf. Ich habe von der Hochzeit ja einen unglaublich positiven Eindruck und bin deshalb auch fast gar nicht nervös. Hallo, mein neuer Schwiegersohn. Ja, hallo Schwiegersohn. Schön, mich zu sehen. Ja, nett. Das ist nicht gut. Die Familie ist enorm wichtig, dass die den Partner akzeptiert. Und eine Beziehung, eine Ehebeziehung gegen eine Familie zu führen, ist unheimlich kraftaufreibend. Wenn man aber Unterstützung hat und man merkt, man kommt an, man ist dort angenommen, kann das ein ganz großer Rückhalt für eine Ehebeziehung sein. Also ich glaube schon, dass der Tim so ganz gut auch in die Familie reinpasst. Wenn man sich so beobachtet, er spricht mit allen und er ist mittendrin in den Gesprächen, er ist in Geschehen mit drin. Ich war also der ganzen Sache gegenüber sehr skeptisch. Die zwei haben, glaube ich, den richtigen Weg gefunden, sind offen aufeinander zugegangen. Und ich denke, dass die zwei diese Hürde, die ja bei vollkommen fremden Menschen da ist, gut überwunden haben. Ach Kinder, sagt mir doch mal, was habt ihr gedacht, wie ihr vorm Stand des Beamten aufeinander getroffen seid. Das würde mich mal interessieren. Als ich Tim gesehen habe, war das einfach nur so toll. Also besser hätte sie mich nicht treffen können. Und bei mir war, ich habe das immer gesagt, ich hoffe einfach, dass sie nicht irgendwie sich erschreckt oder rausrennt. Also dass sie einfach lächelt. Dass sie da bleibt. Nein, nein, das noch nicht mal, aber dass sie lächelt war so das Wichtigste. Und ja, als sie da so strahlend da stand. Und sie hat nicht nur gelächelt, nein, sie hat gegrinst über alle Wacken. In dem Moment war ich einfach total erleichtert und glücklich und war dann auch froh. Genau, war dann auch einfach froh, dass ich ihn dann, ja, dass ich seine Hand halten durfte. Und da ich deine Hand halte. Ja, das ist auch. Das ist, bei uns war auch immer die Frage, also jeder hat als erstes gefragt, ja, dann der Hochzeitskuss, das ist ja dann schon ein peinlicher Moment, oder? Die Angehörigen warten jetzt immer noch auf was Besonderes. Wange, Mund. Ich hätte da schon eigentlich einen richtigen Hochzeitskuss gemacht, aber habe dann wirklich gedacht, du kennst die Frau jetzt zehn Minuten. Also das kannst du jetzt nicht bringen. Also wenn ich die zwei zusammen sehe, ich freue mich so, dass das alles klappt und wie sie sich das vorgestellt haben. Es ist einfach, einfach irgendwie ein Wunder, dass sowas passiert. Ja, ganz gut. Ja? Na, na.